Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha, Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. So, wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schakka! Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mir zu. Kann ich nochmal einander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Bis zum nächsten Mal.